Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. Lousy, der haut hier schon mal alles runter vom Feld, was fertig ist. Das sieht ja schon mal gut aus. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch mehr. Wir haben ja noch nicht genug medicine. Wir brauchen auf jeden Fall mehr. Ah, mir ist gerade wieder eingefallen, was ich unter anderem bauen wollte. Vielleicht sogar hier, nämlich eine Art Krankenstation. Ich glaube, ich würde es jetzt gerne schon ansetzen, aber die sind jetzt alle noch beschäftigt damit, die Sachen zu holen, die ich gesagt habe, dass sie rüberholen sollen. James. James! Du Huren... Und er steht direkt wieder. Und er ist schon wieder gefallen! Am selben fucking Punkt, der Hurensohn! James, du unfähiges fucking Stück Scheiße. Was ist los mit dir? Kommst du jetzt mal? Danke. Kann man dir nicht irgendwie sagen, dass er mal im Bett bleiben soll? No longer incapable. Jetzt hat er sich aber wiederholt. Hm, ich gebe ihm jetzt noch ein bisschen Zeit. Ah, jetzt bei mir ist er schon mal die Stühle, ist er schon mal anfangen. Genau, ich wollte hier noch Sets an. Ich glaube, der Furniture. Moment. Äh, oder auch nicht. Ja, ich bin blöd. Hier ist es. Der Party-Spot wollte ich hier hinsetzen. Marriage-Spot hierhin. Ah, okay. Da will jemand beitreten. Der kann kaum was. Blutlust, Psychopath. Hat aber viele Passions. Ne, 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 ne. Hier. Oh, ist auch noch einer von denen, die ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen habt. Das ist eine eigene Rasse. Ist auch 147 Jahre alt, wäre sie ansonsten nicht. Das ist so eine Alien-Rasse, die ich mit reingemacht habe. Boah, die ist aber nicht schlecht. Na dann gucke ich mir die doch mal näher an. Da ist er, Night Blaster. Kann minen, kann das. Dann wirst du da auch überall zugeordnet, kriegst hier 8 fucking hell. 8, 6, jo, machst du das? Art gehen wir ja auch auf, ja, 2, 3 ist wurscht eigentlich. Wir haben aktuell noch nicht so wirklich Art Tables. Grown kann sie auch, also kann sie das auch machen und Constructen auch. Hunden, wie gut ist sie im Schießen, das muss ich noch rausfinden. Erstmal kurz gucken, Handle, ah ja, das lass ich eigentlich eh mal weg. Flick, Bad Rest und Patient. Shooting ist hier echt nicht schlecht und hat eine Schusswaffe, ach, die ist schon wieder so ein Allround Ding. Hoppala, Moment, jetzt hab ich den Namen vergessen, Night. Night, 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 Night. Jetzt hat die halt hier alles auf 2, das bringt auch nix. Was sollte denn wichtiger sein? Constructen kann sie nicht so gut, das machen wir auf 3. Growing ist wichtig und meinen auch auf 2. Das hier ist aber auch wichtig. Fuck it, mach mal so, lass mal so. Wird schon, wird schon gut gehen. Wenn nicht, dann halt nicht. Müssen sie alle noch haulen hier? Ah ja, ich wollte noch gucken, ob die, ähm, ne, keine Night Owl. Das wiederum bedeutet, die kriegt hier noch, was ist denn? Da. Das hier. Und dann noch, my way. Hier, my way. Damit sie sich auch Drogen reinpfeffern kann, wenn sie möchte. Du machst noch weiter Stühle? Das ist schön. Freut man sich doch. Und den Tisch auch gleich genutzt, umso schöner. Ich frag mich nur, wie lange jetzt die aufgestauten Reserven von der Batterie, von den Batterien noch halten. Es kann sein, dass ich wirklich nachts mehr Verbraucher als tags dazukommt. Und dann brauch ich relativ schnell geothermale Energie. Und researchen tut momentan eh keiner. You know what? Ich geb jetzt Night erstmal research auf eins. Damit das irgendwer weitermacht. Und guck auch mal. Von wo aus es zu Geothermal geht. Muss ich erstmal finden. Da. Microelectronics Places. Oh, ich bin auf dem richtigen Weg. Okay. Dann mach das auch. Bitte Dankeschön. Der spielt dabei Schach. Stimmt. Sowas in die Richtung könnte ich auch noch reinmachen. Die Dinger hab ich gebaut. Was gibt's denn noch bei Joy? Hm? Shooting Targets. Genau. Das wär eigentlich eigentlich ne Idee. Machen wir hier mal ein Shooting Target. Und hier geht keins. Hier geht eins. Machen wir hier eins noch hin. Ach, da hinten könnte ich noch eins. Wooden Archery Seal? Sieht aber auch gar nicht schlecht aus. Ne. Okay, wir nehmen Wooden. Falls sie das unbedingt wollen. Überhaupt. Das ist dann auch wieder die andere Frage. Mach mal so. Ne. Mach mal nicht so. Das ist irgendwie so ne Platzverschwendung. Könnte man noch ein Shooting Target hinstellen? Hm. Könnte man vielleicht nicht. Weil da wird dann Geothermal Generator stehen. Also mach ich das so. Und pack das dann da unten hin. Dann passt das. Martial Arts. Martial Arts glaub ich. Egal. Kann ich eigentlich da unten hinstellen. Mach ich auch mal. Machen wir einfach mal hier so noch eins hin. Äh. Oder so. So. Hm. Naja. Stehen sich gegenseitig bisschen weh. So passt das denk ich mal erstmal. Wood und Cloth. Ja gut. Cloth. Kriegen wir schon irgendwie hin. Da. Jetzt. Ähm. Nähern die sich langsam meiner Grenze von 260. Das heißt ich stelle jetzt hoch auf 510. Hätte ich eigentlich direkt auf 510 stellen können. Ich weiß gar nicht warum ich das immer erst auf 260 mache. Fragt mich nicht. Ich bin behindert. Ich darf das. Das hier auch. Ich könnte da beim Hintergrund weiter arbeiten. Ja. Okay. Pausiert sowieso. Immer dann. Also auch gut zu wissen. 510. Und. 510. Da müsste dann hier auch noch genug Platz für sein denke und hoffe ich. Das hier könnt ihr eigentlich auch mal einräumen. Wäre ganz lieb. Weiß nur nicht ob da rein oder da rein. Ist man eigentlich relativ woher steckt Shelley. Solang oben noch genug Platz. Ja. Lass die scheiße. Ja. Autosaving. Dankeschön. Hol. Urgently. Pardon. Ich muss immer ein bisschen vapen. So. Geht aber soweit ganz gut voran hier. Wie viel 13 Leute müssten wir jetzt sein? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sind wir auch. Sehr schön. Ziel ist um die 20. Ah da wird er auch schon abgebaut. Sehr schön. Nehmt das mal mit. Und Research geht jetzt endlich auch mal voran dank Knight. Geht. Ah. Sollten vielleicht mehr Leute. Ach genau das machen was Selisa macht ja dann. Wenn die Session macht. Ist der High oder so? Attendant Party 14. Okay. Danke. Dann kann ich mal Hi. Verbinding Doors. Ja. Weiß ich. Danke. Äh. Ich hab zwischenzeitlich meinen PC neu aufgesetzt glaube ich. Ich glaube den letzten Part hatte ich den PC da schon mal aufgesetzt oder nicht? Ich glaube nicht. Weil ich mir eine 1080Ti geholt hab. Und das ging nicht so gut mit Windows 7. Da hab ich ein ganzes Wochenende dran gesessen. Und jetzt scheint das Spiel zu glauben dass ich es noch nie gespielt habe. Was im Grunde genommen stimmt. Ich hab's hier auf meinem neuen System mit Windows 10 noch nicht gespielt. Auf meinem alten System schon. Das hat's nicht gereilt. Ah. Hier. Pack's doch mal rein. Wie viele Leute hab ich denn mit auf Hall urgently? Einige. Aber auch nicht so viele. Du kannst auch mal mitmachen. Ne kannst du nicht. Du bist eigentlich hier unten recht gut beschäftigt. Hm. Du bist bei Construct'n recht gut beschäftigt. Fuck. Egal. Wird schon irgendwer irgendwann hallen. Beziehungsweise es hallen jetzt schon Leute. Aber. Wird irgendwann mal fertig sein. Denke ich. Hoffe ich. Vermute ich mal. Das. Ah ja. Genau. Das auch schön wollte ich grad sagen. Und dann ist mir eingefallen. Ich kann hier ja noch. Einen Powerswitch hinstellen. Dann kann ich hier nämlich abschalten wenn ich keine Presse nass hab. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt denke ich mal. Weil wofür Strom extra verbrauchen. Oh ja. Das wird knapp hier unten. Fucking hell wird das knapp. Shit. Raid. Pfff. Was willst du anzünden alter. Shortbow. Okay. So. Mehr von uns hat Waffen. Du hast ne Schusswaffe kommst hierher. Schusswaffe 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 da rein. Schusswaffe da rein. Schusswaffe da her. Auch wieder da her. Da her. Da her. Da her. Und du kommst da da her. Gut. Jetzt müssen sich erstmal alle sammeln. Die sind nämlich relativ nah. Actually. Und das gefällt mir nicht. Auch Actually. Ali. So. Habts das jetzt einmal. Da kommen wir noch zwei mit Schusswaffen. Könnten wir jetzt auch da drin verschanzen. Theoretisch. Aber praktisch denke ich mal nicht dass ich das brauchen werde. Ich denke ich bin ein bisschen in der Übermacht mit den ganzen Schusswaffen hier schon. Ahohoi. Bisselle. Na. Überlebt der besser. Nein. Und sie fliehen sogar. Den wollen wir trotzdem noch kriegen. Also. Gehen wir ein bisschen vor. Der hat nämlich nicht so eine weite Range wie wir. Das machst du. Ach du kannst dich ficken. Ihr könnt euch auch ficken. Ah und der ist auch tot. Sehr schön. Okay. Dann geht er mal hierher. Du äh. Capturest den. Und die Waffen werden aufgehoben. Haul urgently. Und das wird auch urgently gehault. Sü. Das kann ich ein bisschen schneller laufen lassen. Ähm. Hier kann ich auch noch urgently haulen. Aber mir gefällt gerade nicht dass die Leichen da draußen liegen gelassen werden. Bei 14 Grad plus. Also. Haul du den mal. Und der andere. Soll den anderen haulen. Weil das ist alles Nahrung. Nahrung die wir brauchen. Könnten. Vermutlich werden. Tun. Prisoner Tab. Naja. Ist er jetzt schon drin? Ja ist er. Gut. Dann gucken wir mal. Prisoner. Gehen wir auf Chat und Recruit. Gucken wir doch mal. Was hat denn der? Was kann der? Der ist ganz okay. Nehmen wir mit. Wenn wir ihn kriegen. Ansonsten wird halt irgendwann hingerichtet oder so. Kriegt Food? Ja. Kriegt aber keinen Doktor. Also keine Medizin. Äh. Haben wir ihn hier noch genug. Aber ich möchte sie nicht verbrauchen für ihn. gehen. Aber ich kann hier noch eine Zone machen. Wo den Essen hingelegt wird. Mach mal Critical. Clear All. da. Und dann Meals. Und dann Meals. Mach mal denen da mal hin. Genau. So in die Richtung. Nehmen wir auch mal um. In. Prisoner Food. Gut. Ja. Und er hat natürlich erst da drinnen gar nichts. Weil es hier nicht fertig gebaut wurde. Du tenderst zu denen. Ah. Und er macht tatsächlich den Power Swatch weiter. Den ich mir gerade sagen wollte. Okay. Dann ist ja alles. Gucci. Gang. Gucci Gang. Gucci Gang. Gucci Gang. Gucci Gang. Scheiße Mann. Da ist der erste Zusammenbruch. Ich brauche mehr. Ähm. Solar Generatoren. Drei. Vier. Mach mal drauf. Was Occupied. Achso. Okay. Und die sind am Bypassern. Sind die dann jetzt. Social. Compact Food. Die sind offenbar. Keine. Ähm. Guests. Okay. Aber kann man denen was abkaufen? Und scheint auch nicht. Hm. Okay. Na dann. Gammels halt aber es halt rum. Ist alles okay. Auch holen. Auch holen. Bitte. Danke. Oh. Im Crafting Spot. Stimmt. Ich muss einen fucking Crafting Spot hier noch rein quetschen irgendwo. Oder mehrere. Eher. Ähm. Das war Production. Hier Crafting Spot. Fishing Spot. Hm. Ja. Äh. Genau. Quetsche mehr die doch mal. Dahin. 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 Müll set passen. Und dann machen wir hier auch noch von entsprechenden Stools. Und jemand hat eine Psyche Addiction. Sehr schön. Danke. Bulk Smokeleaf Joints. Genau. Do until you have eggs. Das auch. Until you have eggs. Do until you have eggs. Und eggs ist hierbei aber. Opala. Ich habe mich ein bisschen verklickt gerade. Habe mich nochmal verklickt. Bin heute ein bisschen blöd. 420. Immer 420. Zack. Und du auch. 420. Ähm. Papp. So. Das haben sie jetzt schon mal drin. Aber das ist nicht alles. Immer noch anders. Normal Smokeleaf Joints. Auch until you have eggs. Auch wieder 420. Weil wenn ich da noch einzelne anhänge. Vorher. Die hören teilweise auf. Bevor sie die. Ähm. 420 haben. Wenn sie drüber kommen. Das weiß ich nicht warum sie das machen. Soll eigentlich auch nicht so sein. Machen sie aber. Und so können sie das bis auf den exakten. Abgefragten. Slash geforderten Stand halt. Hoch. Machen. Hochdrehen. Wie auch immer. So. 420. Passt alles genau. Aber. Cigarette Pack mache ich dann auch noch. Die sind nicht ganz so wichtig. Ich such gerade. Ok. Ich habe noch kein. Anderes Ding. Oh. Ich hab. Wieso hab ich nochmal das Bugleaf Joints ausgewählt. Ich wollte das Cigarette Pack. Danke. Und da machen wir. Machen wir 310. Äh. Cigarette Pack. Ähm. 310. Und äh. Cigarette Pack. Zack. Zack. 310. Ok. Passt alles. Gut. Damit die Drogen technisch auch versorgt sind. Und. Psy. Kite. Pekwe. Oder so. Muss ich den dann auch noch geben. Aber das muss ich erst researchen. Ich weiß gar nicht wo das ist. Muss ich mal gerade gucken. Kamekern. Mending. Ähm. Mending. Ich glaub bei Drug Production fängt das dann irgendwann an. Psycate Refining. Oder auch nicht. Psycate Brewing ist es. Oh. Hm. Ok. Ich lass den erst das fertig machen. Und dann machen wir Psycate Brewing. Und dann dürfte ich das machen können. Und der erste dreht schon joints. Und das klingt so als würde er essen brutzeln. Passt. So muss das klingen. Hört so. Ah. Das ist ja schön. Das haben wir auf jeden Fall schon mal hier mit Solarenergie nochmal. Mehr. Äh. Production. Das ist schon mal ein guter Anfang. Zack. Und ihr baut hier weiter ab. Auch schön. Latschen jetzt eigentlich noch immer quer wie die Map um irgendwelche Sachen einzusammeln. Oder haben die es langsam. Ich glaub die haben es langsam. Ja. Ein paar Sachen sind hier noch die man aufheben kann theoretisch. Aber. Das müsste recht schnell gehen wenn ich jetzt auswähle. Also mach ich es einfach mal. Zack. Hm. Ja. Sieht soweit. Oh das ist ja schön. Dann kann ich jetzt ja auf Psychoides brauen gehen. Pfff. Nehm ich das so mit. Das nehm ich mit. Oh. Das nehm ich mit. Das nehm ich zwangsweise mit. Das ist Silber oder? Das ist Silber. Tja. Da müsst ihr halt ein bisschen laufen. Das tut mir. Ne. Stripminer wollte ich gar nicht. Wollte eigentlich wehen meinen. Danke. Hier. Das ist zu wichtig. Ah. Nehm ich auch mit. Fuck it. Ich hab jetzt schon so viel einsammeln lassen. Hier wird auch noch ein bisschen was. Ne. Das wird natürlich gar nicht eingesammelt. Mach das mal. Der ganze Rest scheint jetzt nämlich schon eingesammelt zu sein. Da möchte ich jetzt nicht so ein paar vereinzelte Dinger noch rumliegen lassen. Sondern jetzt nehm ich alles mit. Ganz oder gar nicht. Nicht? Ah. Die ersten Psycho-Sachen sind auch schon fertig. Ist auch schön. James. Und er ist gefallen. Ähm. Ich hätte mindestens mal ein Smokeleaf Joint bei dem. Wo ist denn da es wäre. Ach der ist grad bei Hams am. Am sein tun. Hast du das? Gut. Da kannst du dir das James helfen. Warum immer die aus Holz so aussehen als wenn sie aus Holz großartig. dann am Ende aber blau sind. Und das ist der Timer. Immer so halb zu Tode erschrecken. Auch schön. Okay. James kriegt jetzt hoffentlich im Verlaufe noch. Jetzt möchte ich mal gerade gucken wo ist denn wäre. Kannst du mal kurz zu ihm tenten. Ich möchte dass er. Äh. Langsam mal wieder klarkommt. Und ich glaube. Ich bin relativ fest der Überzeugung dass ihm das helfen wird. Ich möchte nur kurz die äh launen Auswirkungen des ähm. Marihuana Gegenstandes sehen. Dann beende ich den Part. Und. Voila. So. Ist nur in meinem gelben Bereich aber ich glaube es wird besser. Oh ja. Hier ist der Punkt wo er hoch gehen wird. Also es wird besser. Gut. Ich werde wohl in Zukunft noch mehr Smokeleaf Joint administern. Ach. Scheiße. In der Nacht geht mir trotzdem der Strom aus. Oh. Fuck. Das ist ein gutes Ende. Der ist gleich umgefallen. Und. Diver Muskelparasiten. Xayah Muskelparasiten. Knight hat Muskelparasiten. Und. Werer hat auch Muskelparasiten. Ausgerechnet auch der Arzt. Dankeschön. Dann gebe ich dir jetzt erstmal kurz die Aufgabe den zu retten. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin haut rein Leute. Tschüss. Tschüss.